Deine Größe passt eigentlich nicht zu der Position, die du spielst. Zumindest hört man nicht 1,78 Meter und denkt klar, Innenverteidiger. Doch was dir an Zentimetern fehlt, machst du mit Tempo und Stellungsspiel wieder wett. 2,48 abgefangene Bälle pro 90 Minuten im letzten Jahr. Nur 0,35 Mal pro 90 Minuten dribbelt an dir jemand vorbei. Gegen den Ball gehörst du am Boden zu den Besten auf deiner Position. Nicht umsonst warst du mal 30 Millionen Euro wert. 18 Millionen sind es heute immer noch, um das, obwohl du an Silvester schon 30 wirst. Außerdem, wer deinen Weg gegangen ist, der kann auch mit 1,78 Meter Abwehrchef sein. Deine Reise in den europäischen Fußball führte über Togo, Benin und den Kamerun nach Spanien, wo du heute noch bzw. wieder spielst. Du bist Kapitän in der Nationalmannschaft und du bist auch Kapitän deines Vereins. Damit bist du in der Liga zurzeit der einzige Afrikaner, der die Binde trägt. Und ganz ehrlich, du hast sie dir verdient. Denn du, du bist der togolesische Cannavaro. Du bist Daconam Otega Gené.